So, dann probieren wir halt hier noch den Code aus. Das ist die einzige Tür, wo wir es noch nicht probiert haben. Tuck, zuck. So. Ach ja. Jetzt muss ich verklickern. Check, zuck, zuck, zuck und zuck. Steht das so, oder? Die Tür war fest verschlossen. Ich glaube, ich möchte die Tür nicht eintreten. Hier? Es zeigt hinter mich. Die Tür ist fest verschlossen. Das wird nichts bewirken. Ich habe das unbestimmte Gefühl, als wäre das Ding hier eine Art Schlüssel. Aber ist es der Schlüssel zu diesem Schloss? Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Und warum rede ich mit mir selbst? Wie lange dauert es wohl noch, bis ich völlig durchgeknallt bin? Achso. Hat er es jetzt probiert? Ich habe das unbestimmte Gefühl, als wäre das Ding hier eine Art Schlüssel. Aber ist es der Schlüssel zu diesem Schloss? Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Und warum rede ich mit mir selbst? Wie lange dauert es wohl noch, bis ich völlig durchgeknallt bin? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Aber wir haben doch... ...die richtige Dingens... ...die richtige Dingens... ...moments... ...tutututut. Es zeigt hinter mich. Hinter mich? Hinter mich ist auch ein komischer Satzbau. Komm her. Tück. Schon mal eins weg. Ja... ...ja... 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 normes... Ja. Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Und warum rede ich mit mir selbst? Wie lange dauert es wohl noch, bis ich völlig durchgeknallt bin? Okay, okay, okay. Stopp. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Aber hier ist doch auch die richtige Kombination, oder? Warte, hält ja das Teil verkehrt auf. Nee, oder? Dann noch da. Na gut, wir müssen einmal umgekehrt. Einmal. Jetzt bist du blau. Stau. Also nein. Hätte ich ja schon eigentlich probiert. Da hat aber jemand sehr lange gearbeitet, um diese feinen Muster in diese Säule zu meißeln. Wenn ich nur wüsste, wozu. Ach, wir können die Tussi anrufen. Schnecke. Robbins, hier ist Low. Hören Sie mich? Robbins hier. Ich höre Sie. Maggie, ich habe eine Platte gefunden, wie die aus dem Asteroiden, die uns hierher gebracht haben. So viel wir wissen, können uns alle Platten, die wir finden, plötzlich ans andere Ende des Universums befördern. Vorschlag? Ich suche noch ein paar von den Platten und Sie entziffern die Sprache, dann können wir die Anleitung lesen. Na toll. Sie suchen Platten, die auf dem Boden herumliegen, während ich versuche, die Sprache einer unbekannten Kultur zu entschlüsseln, ohne zu wissen, wie sie denken oder worüber sie schreiben. Ja, das nenne ich faire Arbeitsteilung. Irgendwelche Ideen, was unseren freundlichen Geist anbelangt? Glauben Sie, er wollte einen von uns verletzen? Woher soll ich das wissen, Boston? Aber ich glaube, er wollte uns zeigen, wo wir hier weiterkommen. Dass Brink gefallen und umgekommen ist, war ein Unfall. Ob der Geist nun ein holographischer Führer oder ein lebendes Wesen ist, er hat uns immerhin ein Stückchen weitergebracht. Ja, aber ist das gut oder schlecht? Besser als in der Sonne herumzuliegen und sich einen Swimmingpool herbeizuwünschen. Bin immer noch auf der Suche nach den Platten, Maggie. Dann schauen Sie doch auch mal, ob Sie ein großes, saftiges Steak finden können. Oder einen netten Salat. Oder ein bisschen Obst. Ich will Sie ja nicht aufhalten. Ach, Sie ist unfreundlich. Wann werden wir den nächsten Geist treffen? Was meinen Sie? Wenn es nur eine holographische Anzeige gewesen ist, vielleicht gar nicht mehr. Aber wenn es ein intelligentes Wesen ist, könnte es uns immer noch beobachten. Uns bewerten. Ich hätte meinen Sonntagsanzug mitnehmen sollen. Und das wäre das T-Shirt ohne Löcher? Pfff, danke. Für nichts. Es gibt es ja nichts. Wir haben hier schon am Schloss gedreht. Das wird nichts bewirken. Ich habe das unbestimmte Gefühl, als wäre das Ding hier eine Art Schlüssel. Aber ist es der Schlüssel zu diesem Schloss? Und wenn ja, wie funktioniert das Ganze? Und warum rede ich mit mir selbst? Wie lange dauert es wohl noch, bis ich völlig durchgeknallt bin? Ach ja. Die Tür ist fest verschlossen. Sei doch nicht verdrossen. Hm. ich bin jetzt das teil hier noch es zeigt hinter mich es zeigt hinter mich es zeigt hinter mich hier ist ein signal aber ich bekomme nichts rein es zeigt nirgendwohin hier ist ein signal aber ich bekomme nichts rein es zeigt nirgendwo hin das passt nicht sagt aber so ein loch das loch ist leer dieser kristall ist und das ist ein leuchtender kristall ich habe auch nicht sie ist der kristall ist dunkel jetzt mal weshalb ich tun muss hier 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 muss man sehen Es zeigt hinter mich. Hinter mich? Es zeigt hinter mich. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas vergleichbares auf der Erde gibt. Nicht stimmt, nicht stimmt. Das ist doch links, oder? Es scheint auf diesen Hügel zu zeigen. Okay. Ach, der kleine... Nichts außer Dreck. Das Gerät zeigt auf diesen Hügel. Ich vermute, dass dort etwas vergraben ist. Oh, ein Armreif. Sieht aus wie ein Armreif. Sieht aus wie ein Armreif. Ja... Ich habe ein Armreif. Robins, hier ist Low. Hören Sie mich? Oh, kann ich dir nicht sagen. Robins, hier. Ich höre Sie. Schon in Ordnung. Nichts, nichts. Deswegen geht erstmal nichts weiter. Doch, gab es halt noch was. Das Gerät zeigt sich irgendwas an. Das Gerät zeigt sich irgendwas an. Es zeigt auf mich. Es zeigt auf mich. Es zeigt genau auf den Armreif. Ich wusste... Ich kann eigentlich was machen. Das bringt nichts. Ich kann diese Beine... Ich kann... Das bringt nichts bewirken. Ja, ja. Ja... Ja... Ich weiß nicht, dass ich die Fische schlafen kann. Ja... Und ich weiß nicht, dass ich die Fische schlafen kann. Aber ich weiß nicht, dass ich die Fische schlafen kann. Ich weiß nicht, dass wir sie nicht haben. Ja... Nichts passiert! Und das noch ein Kontrollfeld. Okay. Da müssen wir später auf jeden Fall die Kombination hier eingeben. Ha. Heiß und leuchtend. Wenn das nicht die Energiequelle ist, vielleicht bin ich am Rande der Hölle. Heruntergefallene Linse. Gabel. Ich komme nicht dran. Ganz unten am Boden sehe ich eine Linse. Na gut. Dreieckige Knöpfe. Dreieckige Knöpfe.